TopfGuckerTV empfiehlt. So, wir nehmen eine Gurke, schälen wir die Gurken, wir haben die Reibe, dann können wir hier alles zusammen und da ist es schon fertig. Kann man dazu noch ein bisschen Pfefferminze essen. So, wir nehmen eine Gurke, schälen wir die Gurke. So, wir nehmen eine Gurke, schälen wir die Gurke. So, wir nehmen die Gurke.